hallo und herzlich willkommen hier zweite runde bis weitere folge hier turing karte ich werde noch einen zweiten anhänger nehmen und halt da haben wir noch ein feld ne wir haben noch hier noch ein feld zu stehen und zwar geht es darum den hackschnitzel zwei fahrzeugen abzufahren damit die sich ein bisschen abwechselnd das heißt kurz hier raus fahren und dann groß kurz einstellen denn ich brauche einen kräftigen fahrzeug für bergauf fahren und so da ist ja der hier ganz gut entsprechende leistung auf entsprechende geschwindigkeit mit 65 km h wollte erst den messer vergaß nehmen würde sicherlich auch gehen aber der ist ein bisschen langsamer und ein bisschen schwächer und daher ist der besser geeignet ich habe hier noch einen punkt gemacht letzte folge für beladen hacknitzel am wald feld 12 abladen globaler markt und wir werden jetzt hier einstellen hacknitzel und auf geht's der fährt dann nun hin auf jeden fall was ja jetzt nicht stört unser hier der pfeiler stört ne werden gerade ein bisschen kurz aber wenn wir jetzt kurz selber rauffahren auf den strecke dann wird er entsprechend fahren so dann gehen wir kurz rüber wenn man zwei fahrzeuge werden ausreichend sein feld 12 ach da oben ja ich wollte hier den ein mal nicht machen nein wollte ich ja fräsen und meinen anderen ansprechen ja abfahren ich habe mich für einen stärkeren traktor entschieden ausklappen ist klar der ist ein bisschen stärker als der andere von der bärzahl her von daher alles gut der kiefer in dem fall nicht weil er bin vom waldboden her etwas anders die schräge halten das machen wir mit der kattour das geht ein bisschen genauer einmal wollte ich nicht dafür immer die fräsen die stunden weg der zweite muss blocking das ist auch jetzt hier der andere menschillage auf geht's bitte hier vorne normalerweise halten jetzt wird es zwar dunkel aber wenn richtig dunkel ist machen wir auf 60 geschwindigkeit oder auf 30 damit wir durchkommen den schlag bringen habe ich ja nicht mehr ich hatte mir diese lockerteile mal angeschaut da kamen da irgendwelche performance warnings ob das nun so ist ich habe es rausgenommen und daher ist es erstmal weg der erste voll die brauchen wir nicht mehr den kopf machen wegen fahren macht ja automatisch wir können ja nicht mehr nebenbei an der stunden wegfragen wenn wir zeit haben garantiert man zu warten bis er kommt entweder war die dings alle oder das funktioniert gerade nicht ne mit silage also das ist egal ne ich müsste jetzt alle sein normalerweise die erste mal schon alle wahnsinn der regen ist nicht schön ich krieg kein körnermais geerntet wissen wir allerdings nicht ne den akkumver so voll die wollste für anhänger wie vor so umso sei das platz von der rolle silage es klappen würde ich sage okay da haben wir das perfekte aber ich habe kurz nach irgendwo praktisch gehen wir so durch die politik seien hier c wieso jetzt ende jetzt noch mehr Aber es hat geklappt. Echt mit dir. Komm in die Hüge. Komm in die Hüge. Komm in die Hüge. Soja ist auch nicht reif. Jetzt wenn ich wollte, ich könnte nicht ernten, weil es noch nicht reif ist. Ich weiß ja, hier in meiner Ecke ist auch relativ viel Mais da rum für Körnermais. Die war, die braunei trocknes Wetter um das ernten zu können. Wie würde man Regen da nicht zu spielen sollen? Wie gesagt war es ja lange drauf trocknen. Sonst ist der Faul, der am Feld oder schimmelt, keine Ahnung. Das klappt ganz gut, muss ich verstehen. Bleib mal abdüßen lassen. Und daher... Ich brauche hier das ganze Zeug in den Marsch, ne? Zum nächsten Marsch. Jetzt habe ich ja da am Sägewerk, aber das ist nicht viel. Das ist äh... Naja... Das ist mehr ein Tropfen am heißen und hohen Stein, ne? Der eigene Wald wächst noch nicht so richtig. Das dauert noch ein bisschen. Ungefähr vier Jahre noch. Und... Wir müssen da jetzt ja einen Wald kaufen. Ich brauche ein bisschen Muttern weg. Oder nicht? Anders mal, ne? Das steht davor, das Freistack. Und so flach ist er keine Gefahr. Oder kommt man einfach rüber gefahren. Auch die Ruhung ist ja schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn es äh... Wenn ein Hänger reingeht, ne? Oh, frucht die Tau und der Hänger wäre voll. So, nun ist es dunkel. Gehen wir mal... Von der Geschwindigkeit auf 30 hoch, ne? Oder auf 60. Dann würden wir die Nacht gut bespielen. Und... Beim Leistränen im Helm beginnen können, ne? In der Hoffnung, dass der Mais reif ist. Na gut, Hechsel kann ich auch ohne. Reisegrad. Von daher sind das dramatisch. Dann kann ich mich dann ein bisschen um den Haushalt kümmern. Ich hab gestern irgendwie gar nicht schlafen können. Nachts. Weiß gar nicht warum. Ob ich den Punkt übersprungen hatte mit der ganzen... wird einschlafen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe das heute Nacht nicht so extrem ist wie heute. Und kann nicht gleich aufbleiben. Die Lage klappt. Nee, Blocking. Das ist gut. Entweder weil alle ist. Könnte ja sein, ne? Und der ist voll. Und der ist voll. Ich glaub mal ein bisschen schneller fahren lassen. Man muss früh das äh... geschafft haben. Ich geh mal auf. 60. Ich muss die Nacht überstehen. ein paar Stumpendeck fräsen. Wärts sicher besser, ne? Ja, normalerweise in Waldsee aufgeforstet. Wie schon mal. Lange ist her. Aber dass dadurch Änderungen kamen in der Karte, also im Gebäude, war das nicht mehr zu retten. Man muss zusagen, die Bäume sind ja alle mehr als alle groß. Die hast keine Kleidung groß und sind alle groß dabei. Von daher ist es, naja, nichts zu ändern, sag mal so. Wenn man die aktuelle Karte spielen will, muss man das halt kaufen. Zumal ja auch Fehler beworben wurden, die man am meisten immer hinterher findet. Ist ja halt so, dass dann viele da gut spielen und viele Faktoren dazwischen kommen. Dann findet man den einen oder anderen Fehler halt. Ich hab von dem keine Ahnung hier ohne Karte verstanden. Wie das gemacht wird. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich werde hier noch kurz die Nacht überspringen. Geben wir auf 120, ab 0 Uhr. Einnahm BGH, das ist ganz gut. Lohnzahlung, Hilfkosten, Gebäude, ist auch okay. Und jetzt merke ich gerade ein bisschen, es wird ein bisschen zähflüssiger. Könnte sein, dass Wachstum durchgegangen ist. So, jetzt gehe ich mal auf 8. Da wir heute noch ein heller Leben, ne. Das ist ja Winter, das ist ja ungünstig, ne. Dreck ist er. 54, wieder Hänger voll. Gut, dann fährt er ja entsprechend PS, ne. Da hat er mit der Steigung kein Problem. Ne, hab ich schon gedacht, Mensch, die Runde fährt er in die verkehrte Richtung, ne. Aber. Gut. Immer das suchen. Ich gehe mal kurz zum, zum Globalmarkt. Die Eiradung mal abkippen. BGH. Ja. Nochmal Licht. Wie sucht ihr der irgendwo rum? Seht nicht. Er hat abgekippt. Ach so, er war auf 0. Ja, okay. Na ja, gut. Denn er muss ja sowieso fahren. Nächste Mal, ne. Wenn wir Mais reinfahren, dass immer gleich abgefahren wird. So, kurz zum globalen Markt. Ich kann es da verkaufen. Er legt gerade ab. Oh, mach Licht machen. Dunkel. Hacknitzel. Da muss ich 3 gehen und schneller gehen können. Denn hier haben wir noch ein bisschen was drin. Na ja, nicht mehr viel. Eine Einladung noch. So, Hacknitzel ist leer. Können wir gucken. Nichts, 82.000. Verkaufen. Mischration. Verkaufen. Hacknitzel. Fienat geht auch wieder. Ja, verkaufen. Gut, Stroh haben wir auch hier weggehalten. Ja, Stroh können wir lassen. Können wir lassen. Zurück. So, das wärs. Das Holz geht nicht, anscheinend. Muss ich mal gucken, ob Holz geht. Ja, nicht schön, ne? Das ist ja normaler Markt. Ich hab kein Holz gesehen bisher, ne? So, Hacknitzel haben wir drin jetzt. Mischration ein bisschen schon. Das können wir ja bei der Marsch verkaufen. Direkt beim Händler irgendwo. Reifeisen oder so. Das können wir noch bei der Brauerei abliefern. So Artgut brauchen wir hier. Dünger auch. Mischration nicht. Hackschnitzel brauchen wir da. 83.000. Nicht. Misch. Misch. Im Arsch. Gras kann ich mal bei Gelegenheit. Oh, Heu. Haben wir auch reichlich. Silage. Fast eine Million. Und es ist hell. So, dann können wir wieder auch normal gehen. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wir sagen mal schön, danke fürs Reinschauen. Tschüss und Winkelwinkel und je nachdem, ob Mais nur reif ist und nicht reif ist, wenn wir Mais machen, ansonsten, ja, Hacknitzel oder ein paar Bäume füllen. Ja, tschüss, schau, tschau, 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 tschau. schau, tschau. Schau, tschau. Vielen Dank.